Hallo Leute, hier ist wieder euer Mario Kirby und willkommen zurück zu einem neuen Part Kaiso Mario Galaxy 2. Es geht für uns weiter in der Riesenwasserfallgalaxie. Denk an den Wandsprung ist ein neuer Name. Was wird hier wohl kommen? Irgendwas mit Wandsprung ja anscheinend. Da wahrscheinlich mit Wandsprung hoch? Ich denke mal, Yoshi wird es nicht geben. Nö. Wer hätte das gedacht? Ach du heilige Kacke. Wo kann ich hier noch stehen? Okay, vor der Linie kann ich noch stehen, nach der Linie nicht mehr. Nein. Okay, ich muss glaube ich auf dem... Oder wenn ich direkt auf dem Ding lande. Ja, okay, so geht's. Nice. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie ich hier hochkommen muss. Denk an den Wandsprung. Das ist ihr Name. Okay, wahrscheinlich ist irgendwie Wandsprung hier. I guess. Ja gut, ne? Ähm. Ja. Nein! Jetzt ist Mario zu nah dran gewesen. Warum auch immer. Aber es war schon mal gut, glaube ich. Ey, das ist... Das ist schon mal eine Galaxie, die macht... Die macht, glaube ich... Spaß. Ja, außer... Außer Mario hat irgendwie keinen Bock hier... Was zu machen. Haaa! Haaa! Äh! Yes, 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 yes! Nice! Ich hoffe, man muss da nicht irgendwie hoch. Ich hab's geschafft, perfekt. So, hier der Part ist möglich, das weiß ich. Außer die Dinger fallen schnell da runter. Tun sie aber nicht, glaube ich. Das war ein schlechter Start. Das war ein sehr schlechter Start. Ach, Mann. Außerdem muss ich den noch nach der Komet-Münze auszuhalten. Auch immer die sein mag. Da ist... Ja, der Stern sehe ich ja schon. Äh, aber Komet-Münze. Ah, die Dinger sind ja da. Als ob hier einfach nur deine Aufgabe ist, da hoch zu dem Launcher zu kommen. Zum Slings da. Sorry. Als ob das so schwer ist, da hoch zu kommen. Als ob da kein... Kein Wandsprunghafte Wand ist. Genau so nennt man die Dinger. Let's go. Ach, du Gott! Haha! Nein! Oh, Gott im Himmel. Warum? Darf man oben lang? Ich weiß es nicht. Ja, Kamera ist besser. Nein, Kamera! Geh wieder! Okay. Wie viele Coins möchtest du haben, du Hirn? 55 Münzen! Mehr findet man in Challenge der Galaxy auch nicht. Ähm... Alles klar. Wo ist die Kometen-Münze? Ich hab halt wirklich keinen Bock, die zu verfassen. Aber so, ich muss die Galaxy so oder so komplett nochmal neu machen. Wegen dem Gummi-Loomer. Aber ja... Komm ich da vielleicht schon mit einem Backflip weit hoch genug oder was? Tatsächlich. Alles klar, nice. 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 Na 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 na. Da hinten! Warte, wenn ich hier... Wenn ich hier auf der Rail bin... Ja gut, dann bin ich genau auf der Höhe mit den Dingern da. Let's go! Perfekt. Jetzt muss ich nur noch zum Stern kommen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Das war knapp. Beinahe noch verkackt. Das wäre natürlich dumm. Na 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 na. Easy. Nice. Der hat schwarz gemacht, der Stern. Nein. Kein Komet in der Höllen Galaxy. Schön 55 Coins sammeln. Werde ich wohl hinbekommen. Dun 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 dun. Warte, fuck. Dun 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 dalle. denn denn mhm 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 ach Gott ich muss jetzt 2 mal hochkommen oder vielleicht öfters nein 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 ach stimmt ich muss ja erstmal hier das Ding holen da komme ich nicht mehr hoch man ey hahaha Halt dich doch bitte an der scheiß Wand fällst du Juhu 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 Okay ich glaube ich muss noch einmal hoch wegen dem Paragumba Juhu Ah ich hab sie perfekt Die sind mir doch da liegen geblieben alter what the fuck Juhu 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 Okay, da musste ich aber ein Triple-Dimension bekommen können, oder? Ich brauche nur diese eine Coin, bitte. Yes, ich habe sie. Noch eine zusätzliche Coin brauche ich jetzt noch. Ich weiß, dass hier drin eine Coin ist. Jetzt brauche ich noch eine. Wo bekomme ich... Ist da oben noch irgendwo eine? Da ist eine. Okay, jetzt muss ich sie noch holen, dann habe ich alle. Perfekt. Dann einfach Weitschwung oder sowas runter. Fragezeichen. Ist sie hier? Ja. Perfekt, ich habe alle. Yes. Ja, habe ich. Hat er da irgendwas geändert? Sieht nicht so aus. Also sollte das recht einfach sein. Also ich muss die Dinger natürlich erstmal bekommen, so ne? Ja gut, das ist glaube ich schon die Challenge hier, die Dinger zu bekommen. Ja, und dann können die einen noch treffen und Schaden machen, oder was? Hallo, ich sterbe gleich noch. Dinger. Dinger. Mann. Ich glaube, es bringt was, wenn man die mit Sternteilen abschießt, die Dinger. Ja. So geht's. I guess. Gib mir. Wo ist der letzte? Ich habe ihn gerade gesehen, Engo. Da. Dankeschön. So geht's halt viel einfacher. Und ich habe versucht, die ganze Zeit hinterher zu laufen. Und damit haben wir die Hälfte der Sterne hinter uns. Nein. Ich. Ah. Ich hasse Brüsselbrock. Ich hasse Klappstadt. Also ich mache mal Kula-Kunst. Fertig. Beilung, rauf auf die Karacho-Kugel. Alles klar. Ach stimmt, hier gibt es ja einen neuen Planeten. Hä, aber das ist ja dann wahrscheinlich gar nicht mal so schwer. Weil der andere Planeten. Der andere Planeten, genau. Der andere Planet, der, 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 der Holzplanet, letztes Mal. Der war halt der schwerste Part vom Level. Und wenn der ja jetzt nicht da ist, dann sollte das machbar sein eigentlich. 40 Sekunden. Come on. Noch 25. Come on. Come on. Fall runter. Bitte. Danke. Schaffe ich das in 6 Sekunden noch? Nein. So knapp. Ich weiß ernsthaft nicht, was ich noch besser machen soll, als das, was ich gerade eben getan habe. Messen halt direkt hier rein so, direkt alle Blattplätten. Bam. Ah, mit dem Snacks, der Cage rein. Hier vorne war das. Tod. Tod. Ab in das Blaue rein. Hol dir. Die Kamera dreht sich halt immer. Das ist halt kacke. So. Links rein. Da. Los. Weiter. Los. Los. Rollen. Und springen. Springen. Nach hinten. Perfekt. terminology. Come on. Come on. Okay, ich habe sieben Sekunden mehr oder so als gerade eben. Oh! Jetzt will er nicht! Jetzt will er nicht! Come on! Danke. Okay, das sollte ich jetzt schaffen. Zwölf Sekunden. Komm schon. Nicht überhasten, Mario. Du schaffst das. Du musst sogar noch landen, bevor die Zeit weg ist. Warum musstest du mich jetzt noch zurücklaufen lassen? Wo ist der Sinn dahinter? GG. Oh Gott im Himmel, das ist auch wieder ein Speedrun-Komete. Ich will einfach nur mal reingucken. Wahrscheinlich werde ich auch noch machen, Brad. Ja, aber... Ich will nicht. Ich will nicht. Lila Münze... Nein, du darfst bloß nicht, dass ich nicht mehr in dem Raum... Es ist nicht mit Beat! Bitte! Oh mein Gott, du kannst dir Zeit lassen! Ja! Du kannst dir Zeit lassen! Oh mein Gott! Ich war noch nie so glücklich, hier das Level zu spielen. Okay, da drin ist auch was gewesen. Warte! Ist es noch mehr als eine? Nö, ich glaube nicht. Ja, da ist auch was. Okay. Okay. Aber ich freue mich, ich freue mich, dass ich nicht auf Zeit machen muss. Weil er hätte das super easy auf Zeit machen können, ne? Wäre wahrscheinlich auch sinnvoller für Kaiser gewesen, aber... Ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh. Ach, da war auch noch eine. Was muss ich hier hin? Ich bin glücklich. Ich muss noch nach der rechts gehen, nicht vergessen. Okay, hier gibt es wahrscheinlich eh noch... ...zwei weitere Seiten. Okay. Was passiert, wenn man von da unten hier in den Warpser geht? Aber das geht ja. Okay, gehen wir hier hin. Gibt es hier hinten ein Ding? Ja, gibt es. Wahrscheinlich gibt es dann auch hier drin was, oder? Also, nicht da in der Röhre drin, sondern unten. Im Dings hier drin. Ja. Gibt es. Ach du Kacke, da waren ja auch viele Elf drin. Entschuldige mal hier alle kurz. Das will man durch jedes von den vier Dingern hier gebohrt haben. Okay, lassen wir mal zurück. Und jetzt hier durchbohrt. Und jetzt hier durchbohrt. Und nochmal. Und jetzt noch das letzte. Warte, ich guck mal, ob es hier hinten noch was gibt. So ganz sneaky. Nope. Okay. Ah! Ach Gott. Okay, da waren jetzt viele. Okay. Das freut mich jetzt einfach hier mal so eine einfache Mission zu haben. Weil sowas ist halt auch wirklich cool. Einfach mal durch die ganze, solch so eine ganze Galaxie zu reisen. Ähm. Alles klar. Ich glaube, das ist schwerer als gedacht. Ähm. Nein. Hä? Mann, ich... Mann, ich muss doch nur da wo. So, perfekt. Okay, jetzt kommen sogar Kettenhunde hier. Schön mal hier Kettenhunde zu sehen. Lange nicht mehr gesehen hier. Wait a second. Habe ich da oben gerade eine Köln gesehen? Nee. Okay, ich habe Halluzinationen. Gibt es hier oben drauf welche? Nee. Es ist halt wirklich einfach so eine simple, chillige Mission, I guess. Bam, 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 bam. Dan, 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 dan. Ich hoffe, ich habe... Ey, ich kann nicht reden. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Yay. Ähm. Mir fehlt eine. Oder kommt die nach vorne? Bitte sag, die kommt nach vorne. Ha, gut. Ich glaube, das ist die schwerste Coin, die es hier gibt. Nein! Ha! Okay. Man bekommt die automatisch, wenn man das Ding wirbelt. Perfekt. Gut, wusste ich nicht. Come on, das ist nicht wert, aufzukommen eigentlich. Sehr gut. Nice. Schöner Stern. Der hat Spaß gemacht. In der Klappstadt-Galaxie. Er hat ein Stern, hat Spaß gemacht. Das passt nicht zusammen. Oh Gott, die lila Münzen auf der Rutsche. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wer hat euch gerne ein Like da und vielleicht sogar ein Abo. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.